gönnt euch einfach mal diese wunderschöne aussicht ja hinter mir seht ihr die vorgesen das chili hat gestern auf jeden fall noch einmal ganze arbeit geleistet ich sag nur jedes bündchen ein tönchen ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es mal ein overnighter und zwar im neuen auto der ein oder andere wird sich jetzt sicherlich fragen wieso hat der typ jetzt sich ein neues auto gekauft ja ich sag mal so viel mein altes war ziemlich ziemlich fertig ein kollege von mir der ist kfz mechaniker und er hat sich das auto mal genauer angeschaut da kommt definitiv nicht mehr über den tüv drüber ja auch unten alles verrostet und dadurch dass ich tagtäglich auf ein auto angewiesen bin ja musste ich mir eben gedanken machen über ein neues fahrzeug ich bin auch fündig geworden nach einer recht langen suche habe auf unterschiedlichen plattformen recherchiert und habe in verschiedene richtungen auch geschaut eins war klar er sollte vier rad antrieb haben ich habe mich umgeschaut nach ladaniva nach ford kuga und nach vielen vielen anderen modellen letzten endes bin ich dann mehr oder weniger durch zufall auf dieses auto aufmerksam geworden ich würde sagen ich laber mal nicht länger rum wir schauen jetzt einfach mal was es denn letzten endes geworden ist wie ihr seht ist es der kleinste suv aus dem hause jeep geworden der jeep renegade ja es handelt sich hierbei um die sondermodellversion night eagle in der farbe carbon schwarz ja wie ihr seht war ich auch schon einige male im gelände damit unterwegs und ich kann schon mal so viel sagen für meine zwecke reicht es vollkommen aus ich habe ihn ja ursprünglich auch deshalb gekauft dass ich auch ja am berg eine gute figur macht wenn ich mal nach österreich fahr oder in die schweiz und für das reicht er allemal und auch so ich sage jetzt mal so einfacheres bis mittleres terra schafft er locker ich muss keine rubicon strecke hinter mich bringen von dem her ist es alles wunderbar da oben fliegt eine drohne aber es ist nicht meine cool das gute kerlchen hat 140 ps und vier radantrieb ja darüber hinaus ist ein schaltgetriebe in sechs gang schaltgetriebe ja mehr keine ahnung gibt es jetzt darüber auch nicht unbedingt zu sagen ich bin jetzt nicht so der technik experte der euch hier mega die fakten rausballern kann aber wie gesagt ich freue mich dass ich jetzt endlich wieder ein neues auto am start habe mit dem ich auch mal wirklich in die berge fahren kann ich würde sagen ich laber jetzt nicht länger um den heißen breis sondern steig ins auto und such nach einem schönen plätzchen für die nacht in diesem sinne würde ich sagen sehen wir uns gleich wieder und so hey leute ganz ehrlich ich glaube ich habe den spot gefunden nachdem ich gesucht habe und gönnt euch einfach mal diese wunderschöne aussicht ja hinter mir seht ihr die vorgesen ja traumhaft ich glaube hier werde ich auf jeden fall heute pennen es sieht richtig richtig schön aus so 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 ja eigentlich wollte ich ja zu einem anderen spot allerdings war da oben so viel los da haben sich wirklich ein paar camper ja so wie es ausschaut dauerhaft eingerichtet und da habe ich überhaupt keinen bock gehabt und auch die schöne aussicht die ich eigentlich haben wollte die war definitiv zugestellt und ja irgendwie hat es mir dann nicht gefallen und wollte auch meine ruhe haben und genau jetzt sind wir hier auch mit einer geilen aussicht leider verschwindet langsam die sonne hinter den wolken kann man vielleicht sehen aber ja ich habe das ganz spartanisch gehalten also ja wie oft kommt vor dass ich im auto pen relativ selten einfach so eine matte reingepfeffert dann hier den schlafsack das ist der boah ja karinthia defense 4 kennt ja jeder und ja im grunde war es das auch schon reicht ja auch ja ich werde mir auf jeden fall ist nachher noch was schönes leckeres kochen ich habe von travel lunch habe ich dieses chili con carne dabei esse ich recht gerne wenn ich unterwegs bin muss ich sagen und ja das werde ich mir auf jeden fall nachher zu gemüte führen und dann werde ich hier noch hoffentlich einen schönen sonnenuntergang genießen können mal schauen ja gleich kocht jetzt auch das wasser riecht schon ziemlich gut ja ich würde sagen wir lassen das mal zehn minuten stehen zwischenzeitlich habe ich mir jetzt auch was angezogen war mir dann noch etwas zu frisch ja heute nacht bin ich mal gespannt könnte eine kühle nacht werden aber ja gut abwarten noch ein bisschen umrühren und dann kann es auch schon losgehen also ja was ein hammer sonnenuntergang richtig schön ja ich habe es mir mittlerweile hier ein bisschen wohnlicher gemacht habe ja hier eine laterne so eine zelt camping laterne aufgehängt ich lese es noch ein klein bisschen und dann werde ich auch schon schlafen gehen wir haben sieben uhr und wettertechnisch sieht es nicht so gut aus winde stark ja jetzt noch mal in etwas wacherem zustand guten morgen an dieser stelle ja draußen stürmt schon ganz schön heftig hat schon fast schon was von einem orkan ja nicht so schön wie gestern aber ja so ist es halt ich habe eigentlich ganz gut heute nacht geschlafen das einzige kleine manko ist ja dieser sitz da ist doch etwas hart hätte mir vielleicht noch mal eine isomatte mit einpacken sollen da das ganze noch ein bisschen komfortabler gewesen aber ja ist jetzt wirklich motzen auf hohem niveau ich habe eigentlich ganz gut geschlafen ja derzeit haben wir neun grad also ohne schlafsack wäre es da sicherlich etwas ungemütlicher geworden aber dadurch dass ich ihn dabei hatte hatte ich jetzt die ganze zeit schön mollig warm das chili con carne hat in der nacht noch einmal fleißig gearbeitet ja ich sag nur jedes bündchen ein tönchen ich habe übrigens noch einmal in technik investiert und zwar habe ich mir die gopro 7 die black edition bestellt ganz einfach deshalb dass die qualität einfach noch ein stück weit besser wird gegen ende des jahres werde ich da auch jeden fall noch mal in ton investieren da gibt es so ein schöner an eine schöne anbau möglichkeit an die gopro wo man dann auch noch mal ein externes mic anbringen kann und somit ist dann auch die tonqualität für die zukunft ja deutlich besser als sie jetzt ist ja ich begebe mich jetzt auf jeden fall wieder auf die heimreise wenn es euch gefallen hat dann gibt doch einen daumen nach oben abonniert den kanal um keine weiteren videos mehr zu verpassen ich würde sagen wir sehen uns in einem nächsten video macht's gut haut rein ciao ciao